Julia Roberts, die gefeierte Oscar-prämierte Schauspielerin, zeigte kürzlich bei einer hochkarätigen Veranstaltung in Wimbledon ihre Unterstützung für die Prinzessin von Wales. Roberts wurde von seinen Star-Kollegen Tom Cruise, Benedikt Kambebetsch, Sender und Courtney Cox begleitet, als sie zusahen, wie Novak Djokovic gegen den amtierenden Champion Carlos Alcaraz antrat. Im Mittelpunkt stand jedoch nicht nur das spannende Spiel, sondern auch die königliche Präsenz im Publikum. Prinzessin Kessrin wurde in Begleitung ihrer Tochter Prinzessin Charlotte und ihrer jüngeren Schwester Pepper Middleton vom Publikum begeistert begrüßt, einschließlich stehender Ovationen, als sie ihren Platz in der königlichen Loge einnahm. Julia Roberts, sichtlich erfreut, wurde auf Video dabei gefilmt, wie sie Kessrin enthusiastisch anfeuerte. Ihre herzliche Reaktion, darunter ein hörbares AWW und stehende Ovationen, zeigte ihre Bewunderung für die Prinzessin von Wales. Roberts echte Bewunderung für Kessrin war deutlich zu erkennen, denn sie wirkte fast wie vom Star getroffen. Die Unterstützung der Schauspielerin für Kessrins Taglich steht im Gegensatz zu Meghan Markle's Versuchen, solch hochkarätige Hollywood-Persönlichkeiten nachzuahmen. Magans angebliche Bemühungen, sich mit Prominenten wie Julia Roberts und Zendaya zu verbünden, unterstreichen ihr anhaltendes Bestreben, ihren Status in der Unterhaltungsbranche zu festigen. Quellen enthüllen, dass Meghan sich an Julia Roberts gewandt hat, um ihre Hollywood-Karriere neu zu gestalten, ihren Blog-Tit sich neu zu starten und Kooperationen mit Stars der A-Liste zu sichern. Magans Ziel ist es, mit Roberts bei verschiedenen Mode- und Wellness-Projekten zusammenzuarbeiten. Laut einem Insider wäre Magans ideales Szenario eine Zusammenarbeit mit Julia bei Mode- und Wellness-Initiativen. Da Meghan derzeit an der Produktion von Projekten für Netflix beteiligt ist, besteht die Möglichkeit, dass sie eine Zusammenarbeit mit Roberts auf der Leinwand anstrebt. Dieser Schritt erfolgt im Rahmen einer umfassenderen Strategie von Harry und Meghan, sich in der Medienlandschaft neu zu positionieren. Jüngsten Berichten zufolge erkundet das paar neue Möglichkeiten mit Audible, einem direkten Konkurrenten ihres ehemaligen Partners Spotify. Berichten zufolge bereiten sie sich darauf vor, ihren Ansatz anzupassen und im neuen Jahr einen bedeutenden Einfluss zu erzielen. Trotz dieser ehrgeizigen Pläne scheinen Magans Versuche, sich der Elite Hollywoods anzuschließen, auf gemischte Reaktionen zu stoßen. Ihre Bemühungen, sich als herausragende Persönlichkeit in der Branche zu etablieren, stießen auf Herausforderungen, insbesondere angesichts der etablierten Karrieren und persönlichen Marken von Prominenten wie Julia Roberts. Magans frühere Versuche, beeinflussreichen Persönlichkeiten Gunst zu erlangen, führten nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen, was zu Fragen über die Wirksamkeit ihrer Strategie führte. Die Anwesenheit von Julia Roberts, Courtney Cox und Senna in Wimbledon und ihrer Unterstützung für Kesrin unterstreichen einen starken Kontrast in der öffentlichen Wahrnehmung. Während Megan versuchte, sich in die Hollywood-Szene zu integrieren, zeigten diese Prominenten eine klare Vorliebe für authentische und angesehene Persönlichkeiten wie Prinzessin Kesrin. Der starke Kontrast zwischen Magans Versuchen und der echten Bewunderung, die Hollywood-Stars Kesrin entgegenbringen, verdeutlicht eine größere Kluft in der öffentlichen und industriellen Unterstützung. Magans Bestrebungen, hochkarätige Kooperationen zu sichern, werden von manchen als Ausdruck ihres anhaltenden Kampfes gesehen, sich in der Unterhaltungswelt zu etablieren. Letztlich verdeutlicht die Unterstützung von Julia Roberts und anderen hochrangigen Prominenten für Prinzessin Kesrin in Wimbledon die Anerkennung von Klasse und Seriosität, Eigenschaften, die Megan Makele bisher noch nicht überzeugend verkörpert hat. Während Megan ein Hollywood-Comeback erlebt, verdeutlichen die gegensätzlichen Reaktionen von Brancheninsidern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Herausforderungen, denen sie bei der Neudefinition ihres Platzes in der Unterhaltungsbranche gegenübersteht.